Meine Damen und Herren, liebe 690-Freunde, was war das hier wieder für ein Spiel? Ich kann gar nicht in Worte fassen, was ich gerade über 690 über dieses Spiel denke. Das war ein unterirdisches Spiel, das war eine pure Enttäuschung. Das war einfach mal wieder nichts. Das war aus meiner Sicht spielerisch noch nicht mal Zweitliganiveau. Wenn wir so weiterspielen, sage ich ganz deutlich, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir noch auf den Relegationsplatz fallen, wenn wir die nächsten paar Spiele auch mit dieser Morale angehen. Jetzt könnte man natürlich wieder rumlamentieren, ja, wir hatten nur eine kurze Trainingswoche wegen dem Pokalspiel. Das Pokalspiel steckte uns doch in den Knochen und auch noch weitere Ausreden, die wir alle nicht hören wollen. Jetzt sagen wir doch mal ganz klar, woran hat es gelegen? Hat es an der Einstellung gelegen, dass wir keinen Bock hatten in Baden-Württemberg heute jetzt bei Sandhausen zu spielen? Hat man gedacht, Sandhausen wäre nur so ein Kasperle-Verein aus der Nähe von Stuttgart? Oder hat man jetzt gedacht, weil man nur einmal im Pokalfiertelfinale war, man sei jetzt sofort wieder der FC Bayern München der zweiten Liga oder was man auch immer dachte? Also chronologischer Spielvorgang, erste Halbzeit, vor allem die ersten 30 Minuten grottenmäßig gar nichts zusammengelaufen. Dann etwas einen Tick verbessert, also das 1-0 kannst du auch keinmal erzählen, eine direkte Ecke rein, darf sowas so nie passieren, war ein guter Schuss natürlich. Ich möchte auch erstmal nach Sandhausen gratulieren zum Sieg natürlich. Und das 2-0 auch unterirdische Verteidigung, da darf er niemals so zur Flanke kommen. Zieler, okay, sag ich jetzt mal nicht zu. Franke, Eigentor. Das x-te Eigentor in dieser Saison, normalerweise meistens überholt oder irgendein Außenverteidiger. Diesmal Franke. Ja, dann das 2-1, ein Anschlusstreffer, eine Flanke von Hult auf Hinterseer, dann abgelegt zu Sebastian Stolz, meine ich, und der hat dann freie Bahn und schießt dann ins Tor. Dann etwas verbessert, hätte man vielleicht denken können, können 96 schießen in der zweiten Halbzeit das 2-2. Nein, 96 kam zwar etwas verbessert raus, aber überhaupt kein Zug zum Tor, was Sandhausen durchgehend hatte. Sandhausen hatte wirklich viel Zug zum Tor, auch klare Torchancen, gerade auch nochmal zum Ende. Und was war das denn bitte schon für eine Aktion von Niklas Hult, den ich normalerweise sehr mag und auch als Fußballer sehr schätze. Das war einfach unterirdisch, sowas sehe ich noch nicht mal in der Kreisliga, wenn ich mir Kreisligaspiele anschaue. Aber das war wirklich, er hat ja den Ball, er muss ja einfach nur wegschlagen, vertennet den Ball und das war wirklich, will ich nichts mehr zu sagen. Da kriege ich einfach nur noch schlechte Laune, wie ihr hört. Danach hat Hansen noch gut gehalten. Zieler, weiß ich jetzt nicht genau, ob er verletzt war, auf jeden Fall wird wohl irgendein Grund gewesen sein. Auf jeden Fall gute Besserung an Zieler, der zur Halbzeit rausgegangen ist. Das ist genauso wie kurz vor der Halbzeit Janik Dehm, der auch kein gutes Spiel gemacht hat. Dann kam Samoroyer rein und ich meine, Linton Meiner wurde dann noch eingewechselt, hat man auch nichts von gesehen. Weil dann wurde noch eingewechselt, auch nichts gesehen. Also das war einfach rundherum, war das einfach ein schrottenmäßiges Spiel. Das war einfach spielerisch schlecht. Das ist eigentlich fast gar nicht ein Wort zu beschreiben, was 96 da gespielt hat. Ich habe ja gedacht, man kann der Mannschaft jetzt mal ein bisschen vertrauen nach den guten Wochen jetzt. Beziehungsweise besseren Wochen, muss man ganz deutlich sagen. Aber das war heute wieder ein Rückfall in altem Muster. Also da müssen wir ganz schnell raus aus dieser Inkonstanz. Gegen wie, also Sandhausen sowieso ein schwacher Gegner aus 96 Sicht. Also 96, äh, ein starker Gegner aus 96 Sicht, um Gottes Willen. 96 hat gar nichts gerissen. Also sehr schwach immer 96 aufgetreten gegen Sandhausen. Das war die letzten Jahre einfach gar nichts. Also heute auch wieder überhaupt nichts. Das war wieder, war wieder nichts. Naja, ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Schreibt in die Kommentare, was sagt ihr zum Spiel. Vielleicht habt ihr es etwas besser gesehen. Lasst es mich wissen. Bis dann. Schöne Woche und ciao.